ein bisschen lahm ich muss mal irgendwas nehmen besten schlangenöl oder so weit warum säuft er nicht da jetzt ein paar paar mal los um machen dann lassen wir an der stelle passt rasierend hätten wir bei uns beim zelt machen können das die na los dann nehmen wir mal zu sedi vielleicht noch ein bisschen jeld nach der aktion gehen wir mal zur bank und versuchen mal ein bisschen kuhle bei der bank los zu werden okay warum ist es schon 7 uhr ist ja schlecht ich bin erstaunen dass er sich immer mit john anrehen lässt holen kann er nicht gearbeitet haben oder stoppen robbers es ist gleich der image else in this world except besters victims of besters in the besters who want to put the besters in the ground das ist in my time all three but same as most people i guess funny thing about this job opportunity i just might get to be all three again how you mean you ever heard of shane finley cattle wrestler murder thief child killer he's wanted in five states i caught him last week he was disguised as a lady in a house for fallen women i was bringing him in and i got robbed a professional rival of mine james langton oh he's a nasty bastard i didn't much like him even before he robbed me that happened a lot this line of work he had to be taken away and now they're holding up in the desert down south waiting to head north so they can hand them into the state troopers in the north country i'd given up on the job is just a bad lot but how that you're here maybe we can go rob them back wirst du sag doch is the money good yeah it's real good plus i don't much like getting robbed by no one aha also wir holen uns den typen ja 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 Da muss ich abbezogen. Das ist gut. Vielleicht die Leute, die ich gehört habe, haben in den Norden geblieben oder geblieben sind. Es ist ein guter Land. Aller Land ist gut. Es sind nur Leute, die schlecht sind. Weißt du, wer ich da mit mir habe? Unckel. Außer Unckel. Abigail? Er ist noch nicht da. Ja. Ja. Vielleicht, aber Charles Smith. Wir haben Charles Smith gefunden. Charles? Er ist hier? Ja. Er macht es gut. Er war in St. Denis. Wir sind nicht zu gut. Wir haben alles wirklich aufgebaut. Aber ich denke, das Leben auf den Plänen wird gut für sie. Und vielleicht der, der ist, der den Anschluss dazu bringt, dass alle ein normales Leben führen können. Weil sie vielleicht einen Pferdezug oder so jetzt bringen. Nur so. Ich habe das alles gemacht. Ich kann es wieder tun. Ich bin jetzt auf meinem eigenen, John. Ich... Ich bin nicht so gut mit Leuten. Und die Offen sind da. Wenn du es willst. Das ist nett. Unmöglich, dass du aufgenommen bist. Aber... nett. Hast du nichts von Deutsch? Nichts. Du? Nein. Du denkst. Du denkst. Du bist ein körperlicher Charakter. Wird niemand von euch? Ich nicht. Du bleibst dir weg. Du bleibst dir weg. Unglaublich. Was passiert mit der Gang? Es verändert sich jeder, der ein Teil davon war. Der Dutch, der mir nach dem O'Driscoll legte ein Blanket. Das war nicht der gleiche Mann bei Beaver Hollow. Und jetzt? Er könnte nicht mehr so körperlich sein. Du siehst einen Mann, der Charakter verändert. Ich sehe einen Mann, der geteilt wurde. Für wer er wirklich war. Wir waren dumme Leute, ihn zu folgen. Ich war ein dumme und ich verabschiede es. Und ich war einer der Glückwunsch. Micke, John. Micke ist der Mann, der schief es. Ich schweig mich für folgen Deutsch für zu lange. Aber ich schweig Micke für die meisten anderen. Er ist da. Und irgendwann, ich hoffe, dass wir ihn finden. Aber... Nicht jetzt. Komm schon. Da wollen wir überhaupt nicht rumzappeln. Ach, ah je. Alles klar. Jetzt verspät. Wo will er denn hin? Ja. Ja. James Langton, der Bounty Hunter. Er hat diesen Auslaut, den du in einer Frauenbörderung hast? Shane Finley. Correct. Und wir haben Langton gebeten ihn zurück, bevor er nach vorne geht mit ihm, um ihn zu einem Städte Troopern zu handeln? Correct. Aber die Bewerbung ist optimistisch. Ich bin für immer der optimistisch. Ich bin für immer der optimistisch. Ich bin für immer der optimistisch. Heißt ja, dass Tumbleweed nicht mehr weiter ist, oder? Oder kommt erst... Nee, Tumbleweed. Was liegt der hier hinten denn? Armadillo ist der. Ja, das stimmt ja. Kein Glas. Ja, ja, ich hab alles da. Okay. Ja, ich hab alles da. 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 Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Ja. Da sind sie. Da sind sie. Da ist es. Wer ist der? Na, der Bounty? Na, der Bounty ist der Typ, der Typ, der Typ ist alles fertig. Sehr lustig. Und der große, schmerz mit der lustige Hände? Das ist James Langton. Der andere hat nur gearbeitet für ihn. Where do you think they're heading? I don't know. Come on. Let's go follow them. Okay, Missy. Looks like they're cutting through the canyon underneath us. Let's go. They'll be coming through here. There they are. We follow and keep an eye on them. We follow and keep an eye on them. We follow and keep an eye on them. What are you doing, huh? You... Talking to me or liked it? Sorry. I ain't used to having anyone with you. Ich seh mich da schon abbauschen wieder. My guess is they'll stop up ahead. We can get a better look at them. You know, he's thinking pretty well. Hm? You can't outgun them? You gotta outthink them. You can't outgun them. Oh, Junge. Nee, jetzt sag nicht, kannst du auch wegsteuern? Nee, kann ich nicht. Der Nölt da mal rum, ist da? Up here, get off your horse. This might be our chance. Yeah, they're stopping. And that sure is Shane Finley coming off the back of his horse. What are they waiting for? The rest of Langton's men, I think. Langton's doing pretty well for himself. How come he's got all them men and you work alone? I got you. You're worth ten of them. Great. Alright, so what do you think? Should we threaten them? Start shooting at them or sneak down and pick them off one by one? I reckon sneaking down is our best opportunity. But, uh, it's your call. Let's just start shooting. Maybe they all run off. Yeah, they'll scatter right away. I'm going over here. Okay. Wow. , Uh. You got Lankton, come back! Down here viи! Clear them out! Oh! Oh, thank you. Das war's. ich werde gar nie sehen mach doch mal ein kopf hoch schau mal we love that above shh 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 Vielleicht müsste ich mal ein Happen essen, was sagt man dazu? Ich bin hier! Er ist hier! Er ist hier, verdammt! Auf der Rätsch! Die! Bis zum nächsten Mal. wie nicht den wir gehen hier jetzt hier muss er denn aufheben nimmst du denn noch sollen hin bei mir natürlich schlecht ja 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 Was hilfst du davon, wenn du mal aus dem Weg gehst mit deinem Pferd? Den könnte man vielleicht auch mal schneller reiten. Da ist Leute flucht. Im Dunkeln. Ich muss mich verletzen. Es wird ein Buch in deinem Lied. Ich bin ernsthaft. Ja, und so bin ich. Hüte ihn, John, bitte. Hey, du musst nicht so machen, weil sie dich gesagt hat. Ich muss nicht so begeten. Ich will nur begeten, zivil. Hüte ihn. Du hast gehört, Frau. Danke. Ich habe immer noch meine Innocen. Diese Frau hat mich aus meiner Pferd, mich zu verletzen, dann hat Langton mich zu verletzen. Ja, kidnapp, kidnapp. Siehst du, so kommt man rum, mein Freund. Ja, so kommt man durch die Welt. Der eine reitet an, die andere reitet dort hin. Oh, jetzt ist es noch der Schlange und wieder alle. Fantastische Geschichte. Mal gucken, was an der Kuhle ist. Entschuldigung, was an der Kuhle ist. Ja, meistens. Ja, wir sehen uns, vielleicht. Hier sind wir. Grab ihn und bring ihn in, John. Klar. Du bist ein B**** und ein B****. Wir haben Shane Finlay in. Great. Wir legen ihn in die Kuhle. Was hat denn jetzt ein Plus gekriegt? Weil ich den Typen vom Pferd runter in Ordnung, okay. Schief. Komm, ich schmeiß sie aufs Bett. Wir werden dich sehen, wie du schwingst. Was für? Ich habe nichts gemacht. Nichts. Ich dachte, du sagst, du hast ihn verloren. Ich habe ihn, aber wir haben ihn zurückgebracht. Oh, und James Langton ist tot. Wir haben ihn töten. Warum hast du so etwas gemacht? Es war er, der mich schraubt. Okay. Hier. Hier ist ein decenter Preis auf Finlay. Mhm, ich weiß. Okay. Wie können wir jetzt sparen, was gibt es jetzt? Willst du dieses Geld, auch in die Bank? Nein, ich werde... Ich nehme es mir selbst. Okay. Jim Milton. Es ist... John Marston hier. All right. Well, if you need any more work, you can find me in town. Or maybe I'll find you. Aha. I'm retired. Sure. Be well, John. Ja, Schingeling, Alter. 200 Tacken. So, jetzt ist natürlich die große Frage. Elbert Keg. Der Elbert Kegs Uncle hat gesagt, dass man im Blackwater Fertighäuser kaufen kann. Jo, wo ist denn die Bank, bitte? Ist die Post da hier, oder? Ich muss mal ganz kurz darüber reiten. Hat die Post, die hat ja jetzt die Hoffnung, dass ich das nicht gehe. Ja. Ich muss mal ganz kurz, was ist denn die Bank? Oder man hat doch gesagt, dass man uns wieder payt. Ich muss mal ganz kurz aufhören. Ich muss mal ganz kurz aufhören. Ich muss jetzt ja $3 Studio, Papier, Ostkutsche, Ostmeisterei, Stall. Wie geht's deppert? Wo kann ich denn... Muss ich ja nicht Geld bezahlen? Ich wäre gegen eine Gebühr an einen früher bereits besuchten Ort zu... Aha, okay. Also wegen Grundstück, oder? Ich dachte, man muss irgendwo mal hin, um mal irgendwo was loszuwerden. Aber ist okay, dann lassen wir das an der Stelle. Die werden sich schon melden, wenn sie Kohle haben wollen von uns, oder? Alle Tatsua. Aber bei dem Typen kann ich jetzt meine Bestreiter spielen, so. Nicht schlecht, äh. Wo hink ich denn da will? Hier in die Tür? Auf ist. War da irgendwo eine Stange zum Pferdefestmachen, oder? Wartet nicht hier. Hier ist er doch. So. Ach, da ist er drin. Okay. Okay. Good work today. Sure. Yeah, that's what... That's better, girl. There. Und Apfel. Na, siehste, mein Lieber. Hast du noch ein paar Vitamine zu nehmen? So. Excuse me, Sir. You work here? No, I just hang around here for fun. Haha, joking. Oh, die sind alle so lustig profi in Blackwater. Verstehen. I know this sounds crazy. Some dumb old coot, I know. Tell me there's these houses you can buy pre-cut. Haha, not crazy, friend. The very latest in modern convenience. Convenient and cost efficient. Which house do you want? Each one is entirely unique. But also the same. Excuse me? Perhaps I'm going too fast, sir. Do you want to buy a house? I think so. I'll give you a luxurious, entirely unique, pre-cut palace. And if you order today, I guarantee you're home in a matter of weeks. Maybe sooner. I'll take that one. Ah, yes. We have that one in stock. And I already got credit from the bank. Oh, fantastic. Now, you write your name here and you sign your name there and you will be the proud owner of a factory built home. That's that easy. Pleasure to meet you, Mr. Martin. Albert Cakes, Esquire. Mr. Martin, der ist doch nicht... Wieso hat der mit Marten unterschrieben? Wieso hat der nicht mit Milken unterschrieben? Hat der, der hat doch den Dienst nicht auf Marten genommen, oder? Was? Was? Ich habe sie hier. Was? Was? Guns für hire? If there's Skinners about, we need them. We ain't got that kind of money, Charles. You want to get robbed for your house? No, but... Hey, these Skinners can be nasty. Come on. Mr. Devon, you're with me. Mr. Wayne, this is... Milton, Jim Milton. Sir, good to meet you. We're going to be heading up to the Manzanita post. Why? The best smith around is that Norwegian fella up there. Yeah, so they say. You boys ready? Yes, sir, we're ready. Good. Because you're about to get shot at over a goddamn hammer. You want to build a house with a sniper rifle then? I know old Neil's real well. I'll get you a good deal. Thank you, sir. Okay. All right then. Let's go buy us some tools. I know the quickest way. Follow me. Er bleibt mir ja nicht anders übrig, oder? Also, er hat es jetzt auf die Darlehen schreien lassen. Deswegen ist ja meine Frage, wo muss man denn mal ein bisschen cool lassen? Steht da? Ach so, jetzt geht's gerade um Holzdiebstahl, ja? Steht mit richtig. Well, nor do I. So, I'll sit here looking big and scary, and you can concentrate on the horses. All right. I'll do just that. Aha. Weil er jetzt neben mir sitzt, der auch einen dicken Vollbart hat und rüber reinschaut, passiert uns nichts. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich hat er gleich einen Pfeil im Kopf. Bis dahin. Hey! Wir taking the next right, up towards Benzenita Post. Hey. You're gonna continue? People wonder how you can handle it. Living by a gun? But it's the same as any other occupation, really? I think you use my own. And it stays there. I mean, it really stays there. I don't even think about it. My minds on my wife, and the little ones. Ich schraube die Karte, schraube die Karte, schraube die Kinder in die Karte. Aber wenn ich hier bin, ich schaue die Bühne. Ich habe meine Schnauhe in der ready. Und ich versuche, dass meine Arbeit so gut wie möglich. Das ist, äh, wirklich gut von dir. Du bist in guten Händen. Ich weiß dieses Land gut. Gut. Ich werde ich endlich mit diesem Toolmaker treffen? Nun, Nils, er ist ein ruhiger Tast. Aber, boy, ist er wert für Metal. Norwegian, du siehst? Viken-Blood. Freunde, die da waren, hatten wir einen Gott mit einem Händen. Ich glaube, die Figuren werden sie immer noch machen. Ich bin nicht sicher, wie viel Englisch er spricht, aber Nils hat die Karte. Das ist der Ort. Nur vorhin. Okay. Ich schaffe dir Werkzeug von Nils. Aha. Nils. 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 Nils, das ist ich. Nils. 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 Hier ist hope.